Und, ist es jetzt soweit? Nee. Einen Moment. Noch nicht. Aber wir haben doch nichts mehr, oder? Und doch den Ring hier jetzt. Wir brauchen nur den Stern. Tja, aber... Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Hm. Ach, das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Als ob das jetzt funktioniert. Was? Als ob. Jun, dein Ernst. Dein Ernst. Dein Ernst. Nein, verdammt, es geht los. Ist okay, ist rei... Ist okay. Mach, ja. Passt schon. Ja. Als ob. Hey, Jungs. Gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpy überreden können. Was ist denn hier los? Cool. Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus. Ja. Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich habe nur den Auslöser gedrückt. Äh, das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Okay. Weiber, was? Meg, mach den Kopf zu. Äh, äh, äh. Du hast recht, Liebes, wie ich sehe. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wohnt von Haien und Ahlen und Kraken. Die tief unten am Kaum-Erkund. Nütten Meeresgrund lauern. Doch Pimpy, oh Pimpy, oh Pimpy, der Clown. Schifft all das Grau. Vertraue, Schnucki. Board of Love. Ruf vor euch, du versaust dir gerade wieder ein bisschen was. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt. Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles um... Junior? Du hast Nerven. Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Wir unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus. Das ist der Dekan. Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McCroneckel Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior. Wenn überhaupt. McCroneckel hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Habe ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen? Mein Dad. Als Ohr? Genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie da noch da rum? Dalli, Dalli. Ab in den Vorlesungssaal. Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Hallo, klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Geul. Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Äh, jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort. So viel ist sicher. Wo ist McCroneckel? Ja, McCroneckel. Menominal. Oh. McCroneckel ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldica wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heiß geliebter McCroneckel wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachionverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McCroneckel an etwas gearbeitet hat, dann wird Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Es könnte in der Klausur vorkommen. Schnabel die Korb. Cool. Haffeneimer. Laufrad. Versuchsaufbau. Käfig. Oh, das sieht so süß aus. Hey, aus. Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Das sieht von den Haaren aus so... Bisschen wie Rufus. Rein da mit dir. Ach, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. So haben wir vielleicht hier einen Hut. Komm schon. Wir hatten lange keinen Hut mehr gefunden. Es soll fucking 52 Hüte hier geben. Und wir sind irgendwie bei 8, 7, 5 Regenschirm. Das ist eine Vorlesungsuhr. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum... Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Mann, Goal, ey. Wo finde ich noch gleich Mac... Macronic, aber da... Ach so, ja, okay. Okay. Goal, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wieder herzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke. Nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt. Damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Warum ist Goal denn jetzt auf einmal so angepisst? Das ist so sehr angepisst, ich meine. Komm schon. War doch nur eine Kleinigkeit. Die wir gerade getan haben, eben so ein bisschen. Sie dürfen uns nicht unbeaufsichtigt lassen. Doch, das geht. Schlagt einfach die Bücher auf Seite 50 auf. Was Mac Chronicle uns beigebracht hat, steht in keinem Buch. Ihr braucht also eine praktische Aufgabe? Nichts einfacher als das. Ich bin ja selbst. Ein Mann, der Tat. Wo wollen Sie hin? Sie wollten uns doch eine Aufgabe geben. Ah, gut aufgepasst. Das gibt eine Eins plus. Okay, wir können das ins Laufrad packen, glaube ich. Oder so. Irgendwie. So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke. Richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine... Ach ja. Nein. Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige... Okay, Moment. Können wir jetzt da vielleicht den Regenschirm durchstecken? Das hier ist kein Wetterexperiment, sondern ein Zeitexperiment. Leicht zu verwechseln. Okay, Moment. Das ist schon ab. Hä. So. Wo finde ich noch gleich Mech... Mech... Aber da... Okay, Moment. Denkt daran. Beobachtet die Anomalie. Okay. Und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Schnabel dir! Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Okay. Gerüst, Regenrinne. Alles klar. Haben wir einen Hut? Hut, Hut, Hut. Kein Hut. Sonst haben wir hier nichts. Echt nicht? Gerüst und Regenrinne. Ja, gut. Ähm. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige König. Mh. Eimer? Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Ist doch richtig. Okay, Moment. Dann gehen wir runter. Gehen wir mal raus. Aber ich muss schon wieder auf Tullede, ey. In 10 Minuten machen wir kurz eine Pause. Sag ich mal. Ja, für euch ist es dann keine Pause. Aber ihr wisst, was ich meine. Beende ich kurz die Aufnahmesession. Oh mein Gott, wie süß eine kleine Raubel. Okay. Ähm. Gucken. Hut. Irgendwo. Hut. Hut, 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 Hut. Irgendwo muss doch langsam wieder ein Hut sein. Nein, da drin nicht. Okay. Ist das ein Hut? Nein, auch nicht. Komm schon. Irgendwo ein Hut. Ich will einen Hut. Irgendwo. Ich sehe keinen Hut. Seht ihr einen Hut? Wenn ihr den Hut seht, dann sagt Bescheid. Ah. Ja, sprechen wir mal damit. Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man es wieder. Augenlicht taugen nicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh. Keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Echt so? Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an, sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht, oder? Stimmt. Ähm. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Training-Sack. Trainingssack? Typisch. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das hatten wir. Ja. Regenschirm. Dagegen. Hey. Okay. Schaddi. Unkraut. Oh, nehmen wir mal das Unkraut, Bitch. Die Platze riecht nach Lonzo's Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Okay, wir haben Unkraut, das heißt, wir haben schon mal, okay. Was für das Schnabeltier? Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Muss gerade aufstoßen ohne Ende, ey. Was ist das? Zum Hörsaal. Gehen wir mal erstmal nach vorne. Hallo. Da könnten wir rein. Schwarzes Brett. Fotos von Baby-Wombats, wie Punia 4, Komplettlösung abzugeben. Das ist ein Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Romantic Ninja. Hm. Scheiße. Äh, okay. Okay, wir lassen das mal auf der anderen Seite. Ich glaub, das hat schon so einen guten Grund irgendwie. Ich weiß noch nicht, was für einen Grund. Aber einen guten Grund. Bestimmt. Können wir hier runter gehen? Hier runter? Ne, können wir nicht. Also ist hier unten nichts zu machen. Irgendwie. Okay, dann gehen wir nochmal nach hinten. Gleich. Nachdem ich hier nochmal alles angeguckt hab. Nochmal nach hinten. Was können wir jetzt? Eine Ziege. Das scheint das Uni-Maskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang-Understatement. Boomerang-Understatement. Okay. So. Falle. Hinschmeißen. Genau. Genau. Und jetzt Unkraut. Ich bezweifle doch sehr verwöhnt. Komm, Busch. Okay, das bringt damit also auch nichts. Okay. Dann müssen wir noch weitermachen. Nach vorne und mal hier rein. Was haben wir hier denn so schönes? Hut? Vielleicht ein Hut? Ist es da oben ein Hut? Nein, ist es nicht. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los. Hoppidi hopp. Ey. Kann man hier nicht irgendwas machen? Irgendwas? 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 Nee. Nichts. Kein Hut? Nein, nein, nein. Okay. Okay. So, wir brauchen die Pausenglocke. Wo ist denn bitte die Pausenglocke? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich wollte... Ups. Nein, Ratte. Ähm. Ich habe gar nichts im Eimer. Zettel. Den vielleicht. Wenn ich studieren den. Könnt ja sein. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Hufus, bitte nicht. Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte ihm in den Boden versinken. Alles klar. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden. Denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtheld der Liebe, was offenbar auch nicht zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er voll was an. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Ja, Sie können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Yay! Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Alles klar. So, jetzt kommen wir aber hier. Schnabelt Ihre Essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, schmucken Sie wieder aus. Rotzenden laut. Und dann jammern Sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Alles klar, Rufus. Alles klar. Oh, warte mal. Na komm, das können wir doch locker mit der Anomalie irgendwie veralten, oder nicht? Veralten lassen. Alt werden lassen. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenboot hier reinhalte? Ich, ich, ich. In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Hier geht's. Oh, oh, Brot. Yeah. Komm schon. Haha, das scheint Ihnen zu gefallen. Ich bin offenbar mal wieder da, wo ich zu Hause bin. Auf der richtigen Fährte. Okay. Nice. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Mitnehmen. Ich weiß nur nicht, was wir mit der Regenrinne machen sollen. Egal. Wir haben noch ein Schnabeltier. Können wir das Schnabeltier vielleicht... ...auch ins Laufrad packen oder so? Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Jo. Was ist denn jetzt los? Ich, ich, ich. Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nerdbird. Das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Wie lautet deine Antwort? Doch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit die im Kluge. Nur Mille Mann in Handel. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden. Unterbissweiküre. Ihr Name ist Hildebrain. Ihre Eltern waren witzvoll, du weißt? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken oder was? Yippie, Schule ist aus. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erleben können. So, jetzt ist aber genug hier. Ähm, und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Äh. Okay, gehen wir raus. Die anderen. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Okay, was mache ich denn jetzt? Unkraut geben? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Ja. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Äh. Kann mir jemanden setzen? Ja, ich... Und bei deinem Not... Schade. Gerade, wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Okay, jetzt können wir doch hier rein, oder nicht? Aber erstmal, Leute. Bevor wir jetzt weiter machen, ne. Machen wir kurz ne Pause. Ich geh speichern. Ich muss auf Toilette. Ey, das ist... Kaffee ist nicht gut für die Blase, Leute. Ich komme mir wie im Livestream irgendwie vor, wenn ich die ganze Pause mache. Meine Güte. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Bei das nächste Mal. Haut da rein. Na.